Billfinger Es ist der erste Auftritt der Industrial Services als Teil des integrierten Konzerns Billfinger SE. Ein Billfinger Stand, der eine klare Botschaft hat, we make it work und in dem Fall sind es die Industriedienstleistungen. Hier kommen mehrere Einheiten zusammen. Ich glaube, was ich bis jetzt gehört habe und sehe, die fühlen sich hier sehr wohl unter diesem Dach und der Messeauftritt läuft auch erfolgreich. Sie sehen hier vor sich die Plantafel, mit der ein Werkstattmeister in der Lage ist, Ressourcen und Aufträge zu beplanen. Das iMentenance geht einerseits mit der Zeit, hilft uns Geschwindigkeit, hilft uns Vertrauen auch mit dem Partner zu schaffen. Das BNC ist modular, standardisiert, umfassend, innovativ und auditierfähig. Wir zeigen auf, dass dieses Konzept sehr modular aufgebaut ist, individuell angepasst werden kann an die Kundenerwartungen. Das iMentenance ist etwas, mit dem müssen wir uns stellen, mit dem gehen wir voran. Und das hilft uns in vielen Stellen, den Weg der Instandhaltung besser zu dokumentieren, schneller zu transportieren. Billfinger und Henkel, zwei Marktführer, arbeiten zusammen, um noch besseren Kundennutzen zu erzeugen. Wir make life cycles work. Wir bilden hier den gesamten Lifecycle einer Anlage ab. Ein gemeinsamer Auftritt gegenüber dem Markt, gegenüber Kunden, ich finde das großartig.